Hallo und willkommen zu The Walking Dead. Weiter geht es mit Episode 4 hinter jeder Ecke. Viel Spaß und los geht's. We should go our own way when we get there, the crew is falling apart, you and I are stronger alone. I was the one giving the bandit supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! I can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here and you be sure to find me whether the lead wants you to or not. Now, what I know... Oh man, was alles schon passiert ist. Du weißt bescheid. Nicht alle Lebewesen sind tot. Man hört immer die Mücken. Sind das eigentlich Zombie-Mücken? Hat sich das eigentlich schon mal jemand gefragt? Das fällt mir gerade einfach so ein. Sind das alles eigentlich Zombie-Mücken? Krass. Episode 4. Hinter jeder Ecke. Der Omi, der humpelt da rum. Nicht, dass er Ballast für uns wird. Der predictions der öffelt. Can't I just hold it? Momentan ist es schwer. Kenny, wie weit noch? Vielleicht kann man irgendwo ausruhen. Ich weiß, was ich gesehen habe. 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 Wenn ich dich wäre, würde ich jetzt aus der Straße gehen. Ich dachte, du sagst, dass das Ding nicht funktioniert hat. Wer ist das? Wer ist das? Ist das du in der Türkei? Was war das? Wer versucht uns mit uns? Es war eher eine Warnung. Ich glaube, sie haben Hunger. Die Glocke hat sich angelockt. Okay, weg hier! Everybody, run! Los! Halte meine Hand! Die Glocke! Die Glocke! Nein, Ben! Hilfe! Nein! Oh, Ben! Oh, Ben! Nein! Super! Top Shot! Die Steuerung war jetzt nicht so top, ehrlich gesagt. Aber vielleicht war das ja Absicht. Geh deine Arten! River Street ist direkt nach vorne! Das ist nicht alles. Ich gebe mir einen verdammten Freude! Warte! Woher ist Chuck? Oh, man! Auf jeden Fall! Komm schon! Es gibt keine Zeit. Wir müssen jetzt gehen! Nein! Es ist Zeit! Nein! Just go! Chuck! Georgias erste Stadt! Trophäe! Ich werde die Tür holen! Ah! Was ist denn zum Laufen? Komm schon damit, steh auf! Du okay? Ja! Ja! Mach keinen Stress, aber mach keinen Stress! Das ist gut! Frau, ich bin nicht derjenige, der schwebt! Ich bin nicht derjenige, der schwebt! Geh es! Das Paar von euch! Ich werde mehr von ihnen auf uns bringen! Ich werde sehen, ob ich einen Weg finden kann! Ich werde sehen, ob ich einen Weg finden kann! Okay, schau mir mal! Ben! Du kleiner Schisser, du! Warte, erstmal Clementine! Alles okay? Okay! Sie haben uns nicht gesehen! Keine Angst! Versuche ruhig zu bleiben! Besser! Sie haben uns nicht gesehen! Keine Angst! Versuche ruhig zu bleiben! Die Arme, Mann! Die Arme, Mann! Die darf sowas eigentlich nicht mit ansehen! Wie sieht er aus? Ich bin okay! Du bist nicht okay! Du hast öffnet die Schmerzen, Du hast öffnet die Schmerzen und Gott nur weiß, was er in da ist. Es kann sein, es kann sein... Es kann sein, es kann sein... Es kann sein... Keine Angst! Aber du musst wirklich arbeiten mit der Schmerzen. Sie hat nur Angst über dich, Mann! Keine Angst! Wir werden dich verabschieden in kein Zeitpunkt. Nur als wir in der Schmerzen, okay? Okay! Okay! Danke, Mann! Bitte geh und helfe, Kenny! Wir müssen ihn jetzt rein! Ja! Sitt ruhig! Hey! Ich gehe nicht woher! Ach ne! Du bist Ballast, Omid! Du musst sterben! Hohohoho! Wenn ich es jetzt sagen würde, das wäre schon fies! Oh! Was haben wir denn hier? Ein Grab! Nicht, dass er aus dem Grab rauskommt, als Zombie! Weil die können hier wieder zurückkommen! Und wenn der Kopf nicht erledigt wurde, können die auferstehen! Wissen wir ja alle! Nicht, dass der Hund als Zombie zurückkommt! Ich glaube, der Hund ist begraben! Hm... Gibt es hier irgendwas Besonderes? Was ist mit dem Brunnen? Das versiffte Wasser ist... ...bakteriell beschädigt, darf man nicht trinken! Die Schaufel kann man gebrauchen! Nimm die mal! So sieht's aus! Und was haben wir denn noch hier? Die Hundeklappe! Vielleicht kann man da Clementine durchschicken! Was ist das? Es sieht aus, dass es hier eine Art Pettklappe gibt! Ich habe es schon versucht! Das ist auch Locked 2! Wer hat denn noch einmal von Locked-Docke? Ich habe! Mein Nachbar war einfach so. Es ist radio-kontrolliert. Der Hund hat einen Körner mit einem Schiff in dem also die Tür öffnet nur, wenn der Hund nahe kommt. Oh, sch***! Jeder Tag ist ein Schulzeit! Oh, okay! Okay, also... Wo ist der Hund? Ja, krabben wir ihn aus. Beziehungsweise holen wir die Kette. Hey, be careful! Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, I hear you. Hey, what's buried down there? Klapp lieber weg, Clementine. Nothing. Clem, go over and sit with Chris Deloni. Okay? But I want to... Just do what I say, okay? Too many lights. Oh, God! The smell! Wah! I can't get it off! Okay, that is not... Jesus! Are you okay? I'm fine, honey. Ah! It's just the smell. Are you sure you... I said I'm fine, okay? Is she schwanger? Deswegen solltest du das nicht mit ansehen, Clementine. Ich mein's doch nur gut mit dir. Seid doch nicht böse auf mich. Kann ich's wieder zumachen? Uh! Stink's like hell! Ja, komm, mach doch wieder zu. Geht's nicht? I don't think that anymore. I'm done digging the dead dogs for today. Zuerst sagt er... Eben sagt er noch, die Schaufel kann man immer gebrauchen. Jetzt sagt er, ich brauch die nicht mehr. Okay, Lee. Oh man, Clem, ich muss kurz mit dir reden. Will we be inside soon? Yeah. Not much longer now. I hope so. It's getting cold out here. Ja, okay. Wir sehen uns gleich drin. Okay, gehen wir nochmal rein. Und jetzt? Sehr gut. Hört sich nicht danach an. Oh oh, jetzt kommen die Walkers. Do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man. It's no good, I can't get it. Here, let me try. I think I can... Clementine weiß Bescheid. Ich vertraue ihr. Clem, are you okay? Say something! Ta-da! Top, einfach nur top. Aber ich weiß nicht, man. Egal, gut gemacht. Good job, Clem. Yeah, way to go. I did good, right? Yes, you did. You did good. Can we maybe have this conversation inside? I like starting to hurt like hell. Aber eher nächstes Mal Bescheid sagen. Aber sie muss alleine für sich leben. Also deswegen habe ich sie auch gelobt, statt zu sagen, statt mit dem Finger auf sie zu zeigen, sagen, okay, mach das lieber nicht.